Hallo, schön dich zu sehen. Los, wir drücken auf den Knopf. Und dann würden wir auch gleich sehen, was es in Leftis Laden gibt. Hier haben wir ein Auto und hier eine Mandarine. Und wer sorgt immer für so viel Spaß? Lefti! Es ist Lefti! Das ist Lefti! Lefti! Leftis Laden Das ist die Puppe Bianca. Sie fährt mit ihrem roten Cabrio zu Leftis Laden. Ich frage mich, was sie kaufen möchte. Liefi! Liefi! Bianca ist hier! Mach den Laden auf! Guten Morgen. Bianca braucht Möbel für ihr Puppenhaus. Sie kann sie in ihrem Auto transportieren. Hast du Möbel für das Wohnzimmer? Ein Sofa. Prima. Das nehmen wir. Was noch? Eine Waschmaschine? Ja, aber die ist doch fürs Bad und nicht fürs Wohnzimmer. Ein Sessel. Klasse. Was ist denn das? Ein Feuerwehrauto? Lifty. Wir brauchen für das Puppenhaus kein Auto. Ein Fernsehgerät. Das nehmen wir auch. Eine Stehlampe. Prima. Es soll im Wohnzimmer ja schön hell sein. Lasst uns alles in Biancas Auto laden. Der Sessel. Die Stehlampe. Oh, das Sofa passt nicht ins Auto. Wir brauchen ein größeres Fahrzeug. Äh? Lifty hat seinen Freund Buu gerufen. Buu ist ein großer, orangefarbener Pick-up. Er wird Bianca helfen. Dankeschön, Lifty. Jetzt hat Bianca in ihrem Puppenhaus schöne neue Möbel. Besucht sie doch mal. Tschüss. Tschüss. Hahaha. Hm. Bis zum nächsten Mal.